Willkommen Sturmtruppler Part N2 im Kasten. Wir sind jetzt hier, wir wollen ein paar Zwerze. Dann gehen wir doch mit rein. Oh, ja! Ich bin jetzt gut. Oh, das ist ein Gehirn. Oh, das ist ein Gehirn. Oh, das ist ein Gehirn. Oh, wir dürfen schon fliegen. Ist ja geil. Ah ja, irgend so Z-Kohle, unentbehrlich für super Angriffe. Okay. Anscheinend gibt es unterschiedlicher Seltenheitsgrad, wird durch die Farbe signalisiert. Umso florierender das Ding leuchtet, umso besser ist es. Gut, wissen wir, das ist jetzt A. Ah, okay. Ja, wie fliege ich runter? Wie fliege ich runter? So? Nö. Wie fliege ich runter? Ah, mit der Schultertaste. Okay. Okay. Guck mal, wie wir uns schlagen. So, liegt es noch nicht auf Zeit. Bisschen peinlich war. War doch nicht irgendwo. Hier. Kling, kling. So, aber da war irgendwie so Strahl. Oh ja! ... die Fahrer an den Klenkern... ... hab ich schon gesehen. ...hier? Ziemlich... ...hier... ...hier, es ist ... ...hier, es ist jetzt alles zu ... ...hier, ist schon alles zu. ...hier, sie haben zu bekommen, ...sobten wir in der Klenkern zu machen, ...mit ihr in die Hälfte noch zu können. ... ... bringen sie dazu essen zu machen ein gericht kochen ein komplettes menü kochen dann halt ein gericht gekochtes fleisch ganzer knochen braten okay wir haben nur das glaube ich das haben wir mir handelt für alles die zutaten also bleibt wohl noch viel gesammelt durchsucht das haus oh mein gott war das ist lust an die puhr ich glaube wenn man ich glaube es wird es wirklich so aussieht wenn man das heute so da noch mal gucken wird ist das alte das ist aus drücken wollen mit drücken bald zeigt oder oder gt oder super das ist aus drücken wollen da waren sie noch nicht mal in das doch das sind sie im training und haben diese stein suche markierter stein oder war ich gerade ein bisschen schnell müssen kurz stoppen dass man das leise können der krill z denkt ja alles klar was auch immer sprich mit chichi es ging also nur um dieses die diese nostalgie hier zu finden das ist eine belohnung freigeschalten bestände was habe ich frei geschaut wo ist es wahrscheinlich werde steigen gemänt sind das ist das buch auf der kollektor city schnapp als sie kurz vor dem truf die medaille ich kann nichts mehr machen das ist sowas von das buch geil wer ist ja cool was haben wir ja das darf ich nicht abspielerlosen okay da fährt uns aber noch ein paar lieder okay trähnen tschü schütt jr schütt In dieser Community kannst du Skills aktivieren, die dir beim Hohen helfen. Ja, da haben wir ja noch nicht so viele Leute. Erfolg von Essen plus 10 Prozent. Alles klar. Ja, da sind wir ja noch nicht so viele Leute. Ja. 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 Das war's für heute. Der absolute Begründnis ist DRAGON BALL. Dies ist DRAGON BALL. Dies ist ein DRAGON BALL. Der Sön-Gokû und der Freunde der Machen. Hey, Otochen. Wer ist der Mönchenglade? Ich will lieber da rüber, ob es so irgendwas interessantes gab. Zum Beispiel so eine Perle durch. Oder ist das schon so irgendwas? Und dann folgen wir mit der Kugel. Aber man muss noch nicht mehr genau etwas rüber. Das ist eine kleine Kugel. Das ist eine kleine Kugel. Es ist ein Geh-Gokun? Ja, das ist ein Geh-Gokun. Hallo. Ah, ja. Hallo. Das ist Son Gohan. Son Gohan? Ja, ich habe den Namen des Geh-Gokun. Ah, das ist ein guter Name. Ich will mir ein Kind retten, weil es sind ja leider Fremde. So. War klar, er ist nervös. Oh, haben wir jetzt hier gar keine Sprache rausgab? Ja. 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 Geh-Gokun. Du hast heute schon studiert? Ja. 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 Also, siehst du removing keinen großen Büchus zu tun, wirklich zu können. Ja. Ja. Wie Plugschuk sieht meine Eltern von Ihnen zu, also總 nos geliehonographical. Dass man natürlich einfach gut elevator ging, schon bei mir wieder zu lernen. Soll es nicht so, dass wir diese Herausforderung geben können? Wenn du ein Gehirn gewonnen hast, dann wird dir die Begründung kommen. Ich verstehe. Ja, der Müddenlossi. Ja, dann. Ich bin immer noch ein Gehirn. Unter drunter sind die Schmuddelhefte. Ja klar. Sehr schön, sehr schön. Ja, komm, Sonne Kuckuck. Ah, ha, ha, ha. Die, 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 die. Aber ich kann da eine kleine Date dazu hinfügen. Hm, verstehe, verstehe. Das baut die Bauen dann. Ich habe immer Anna, der quasi dieses öffnet, der Community Abschnitt, quasi Mod, Moderator. Und, äh, auf deine Bauen dann alles auf, so wie Chichi beim Kochen ist jetzt Mut und Rochi bei der Erwachsene. Verstanden. Nehmen Storys. Wie die Schildkröte. Komm her, Schildkröte. Du hast eine Quest. Deine Storys. Was ist das? Ja, ne, mach mach. Schauwがねー naa Oh Ha 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 Gut, gut. Krelin hat noch was, Bulma scheint auch noch was zu holen. Männenname kann kaum binieren. Ich glaube, das sind immer Nervenquests. Ah, okay, das war eine Hilfestellung. Und du bist Hauptquests, oder? Sprich noch mal mit Krelin, ja, das wird Hauptquests. Machen wir erst mal ein bisschen Krötchen. Ehrlicher Text. Darf man nicht hoch? In Häuser kann man nur laufen. Dann gehen wir halt einmal drum herum. Woher sammle ich aber das? Ich finde das super. Genial. Mega, mega. Komm her, Schildi. Oh, Mensch. Gibt's doch nicht. Was gibt denn die Mini Map her? Auch nicht viel, ne? Oh, was haben wir da? Was haben wir da? Habe ich's? Habe ich's? Du. Du. Hahaha. Hm. Hm. Witzig, witzig, die Pose, die sie dann halt machen. Das haben wir schon mal, so, Grillin, Hauptquest. Okay. Eh? Haha! Wo ist es? Hehehe! ok ich vermute direkt wieder inzwischen sequenz also das ist nun kurz kurz jetzt doch gegen krillin dann aufwende fight ob man sich mal besser schlagen die man jetzt schon mal probablocke drück vier eck während du blockst um einen gegner in der explosion ok kri-teleportation cool cool Ich muss nur K.I. lade. R2, selbst wenn du durch einen Angriff Schaden nimmst. Komm her, komm her. Wieso kassier ich die Möte nur Annie? Wieso kassier ich die Möte? 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 Wieso kassier ich die Möte?